Wir verstecken uns erst mal hinter den LKW, LKW, Trailern und allem Was war die, was war die? Hinter den LKW, hier, hier, hinter dir Dreh dich hoch LKW Ja, hör auf Ich hab erst da nach hinten geguckt Wo? Zeh, hier Soleil. Moitor! Ja, sehr Perhaps självaier So Das ist auf jeden Fall Rote Halle Erstes Ziel Genau Jetzt haben wir eigentlich richtig Fettchen eigentlich Aber da kann man ja eigentlich hingehen Schön geschmeidig Du kannst sogar ein bisschen rennen Wir müssen kurz gucken Rechts von uns könnten welches spawnen Hinten links könnten welches spawnen Hey Jessau, damals ist ja ein volles Fettchen geholt Guck mal schön zusammen aufschließen Alles abchecken Wir haben nix Wir haben nix Wir haben nix Wir haben noch Augen Rechts drin schlieb Geh euch wohl links Ja komm Ja wo seid ihr? Wo seid ihr? Ah ja ok dann Ich komm, geh mal lieber links Ja Granate noch dabei Ich hab auch eine noch dabei Da hinten könnten auch welche spawnen Ach so das Bremse ist gut Rechts von der Händlerin siehst du das Hier jetzt Was ist denn? Danke schön So ich geh rein Check links Morgen Ben drin Ich geh rein Check links Ich geh hier Ich hab jetzt aber leider keine Schlüssel bitte Ja ich hab ne Schlüssel Ich geh gleich hoch Die zieht leer aus Ich bin jetzt hier hin Ich pass hier auf Ben bleibst du unten Bist schon abchecken Ich mach hier oben schnell auf Da steht ihr kommt mit Streckt ihrs Hier Legt ihr unten drunter In der Rille Oh einer ist zu blöd zum rennen echt Irgendwo da In dem Ja ich hab's Dankeschön Ich hab eigentlich aufs Regal klettern Hat man da nicht vorgrab Eher Schüssel von links Wenn ihr denn das Borgflug findet Schon in die Claire Gerne angehen Ja Ich bin hier unten ganz in der Ecke Seht ihr mich? Ja wir gucken noch hier oben Ich guck nochmal in die In den Duffelback rein Da ist ja ein Sparkflug drinnen Lunchbox was sie trinken Die war Die war Ne Toll Ich komm wieder raus Geh mal rein Ich bin in der Kiste hin Ja Und sammeln wir uns Ja bis abends Ich komm raus heute Auf jeden Fall erstmal die Ausgänge Bist schon noch mit beobachten Wenn du fertig bist Sagst du Bescheid? Ja fertig Gut Jetzt müssen wir Richtung Durchbruch Gehen vorne raus Also hier Sven geht vor Ach meine Mein Field of View hat sich schon wieder zurückgestellt Also Gehen wir über den mittleren Aufgang Oder hier ganz rechts Würde ich sagen Bitte Mal rechts Sind wir Achtung Die verteilen uns gerade Nicht dass wir uns unten Abprallen Alter Einer ist schon runter Ich bin ja auch verdammt Sven Sven Bist weiter oben Ich komm zu dir Sven Ich liebe das Wetter im Trocken Wenn das so Donut und Blütz Ja Bring nochmal ein bisschen andere Atemstelle rein Das ist nicht gerade offen Durchrennen Jo Und dann gucken wir gegen Skeps Wir müssen auf die Baustelle Schlitze bei Baustelle So muss ich Oh Direkt hier vorne Ja Bist schon verteilt hochgehen Wie schießt denn das jetzt mit? Ja das ist Baustelle Ja das ist Baustelle Ich bin jetzt rechts am Brust Ich bin links Hier links sind auch schon Tote Hier links sind schon Tote Zwei tote Skeps Die sind jetzt auf die Baustelle Sind direkt hinter dir Ja die sind direkt hinter dir Ich geh über den mittleren Aufgang Ok wir haben recht an der Mauer Ja Aus dem Video Wo die Ballerei war Sonsten glaube ich auch Schüsse Hinter uns Ja Ich geh durch den mittleren Durchgang Ja ich hab ein Auge drauf glaube ich Spieler Links Granate geht raus Ich geh wieder zurück an meinen Standardpunkt Studio ist da Oh das Wetter ist so laut Du bist an der Baustelle Studio ist an der Wand ne? Ja Direkt hinter der Baustelle ist ein Gegner Ok Ich geh jetzt bei den Durchdruck Ich geh über links Beispiel Jetzt steht jetzt die Aufmerksamkeit bei dir sagt gleich wo ihr zwei seid damit wir uns aufschließen können gute kreuz hier links bin fertig dann seid ihr schon auf die gelände an der mauer kommen die gerade angelaufen die schnurte kurz ich bleib nach ja geht durch den container geht durch den container blutet den wieder auf hier von dem einleichter seid ihr ich komme zu euch rutsch den container werfen das ist immer drin aber kein killer die frage und noch was So drinnen, in den Pock. Boah, hier sind alle so leise, warte mal. Ich hab schon auf Maximalfass alle gestellt. Ich hör Gini gar nicht, oder? Ich drehe doch gerade links. Redding noch ein bisschen lauter. Rückzeit noch ein bisschen lauter, so. Gut. Ich bin jetzt hier vorne links an den... Achso, du. Sorry, ich verwechsel dich. Ich glaube, wir müssen weiter. Äh, es gäbe irgendwo? Schlute mal hier hinten schnell die... Achso, du warst das jetzt, der geschrien hat. Ja. Gut. Ich geh über rechts, durch den Durchbruch. Ich schweige die rechte Durchbruch. Immer noch hinten ein bisschen abdecken, weil hinten hat's geschossen. Ja, ja. Wenn du da durchläufst, wenn du reinläufst, ganz rechts an der Mauer. Wenn du durchläufst, ganz links an der Mauer. Dann ist kein Schacheldraut. Hast du? Ich bin jetzt hier links am Durchbruch. Ja, das ist doch durchgebrochen. Ich bin rechts, ja. Folge auf. Ich bin durch. Ich bin am Durchbruch. Ich bin auch bei dir durch. Gern den Container. Ich fang jetzt ab. Ich geh jetzt hier schnell hoch und mach das Ding auf. Jupp. Sag mir, wenn du wieder, wenn ich hochgegeben kann, wenn du nicht irgendwie irgendwie bewegt oder so. So, jetzt. Jetzt müsste es aber eigentlich für die Starlieb. Hm. Ich hatte schon mal gelootet, aber ja. Hab das Item. Sonst ist ja nicht so ne. Ich komm mal raus. Ja. So, und jetzt Richtung Ausgang, oder? Einfach nur saveen, ja. Ja. Bei Durms müsste ich jetzt umgehen. Hänge dran, die anderen Spieler könnten von der anderen Seite kommen. Brücke mäßig. Ja, Brücke abdecken. Links sind schon Tote. Ja, das gäbs auch im Boden, ne? Wann ist nicht der Spieler, der da hinten ist? Ja. Sollen wir noch die Tankstelle drücken? Das können wir noch die Tankstelle drücken. Wir können auf die Tankstelle gehen, ja. Und dann hinten raus. Oder wir gehen Richtung alte Tankstelle und... Und dann ist dort noch die Scaps. Und dann aufpassen wegen der Granaten. Nicht wie gestern. Ich bin oben auf der Brücke. Ich geh' unten durch. Ja, hinter dir. Ich geh' mit unten lang. Ich steu' geh' oben auf. Frei aus. Geh' links. Geh' links. Geh' links. Geh' links durch den Wald sozusagen. Sind noch auf der rechten Seite. Hier ist noch Zoo komplett. Könnte Tankstelle noch schöne Action sein gleich, wa? Ja, wir müssen immer davon ausgehen, dass irgendwo noch Spieler sind. Immer. Wir sind jetzt gleich an der Tankstelle. Ja, wir sind vor der Tankstelle. Wir sind jetzt auf dem Gelände von der Tanke. Ja. Wir auch. Wir kommen von rechts. Spieler, 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 Spieler. Auf. Ich bin tot. Ich steck' fest. Ich steck' fest. Ja, bleib' dort, bleib' dort. Ich glaub' das war noch inner. So schnell kann's gehen. Wo hast du den gesehen? Der war rechts. Der ist schon tot. Der ist schon tot. Ich steck' hier in den Fässern fest, Jungs. Puffy hat mich erledigt. Der hat die Granate zu mir geworfen. Hab' noch einen? Ich bin tot. Hab' den, glaub' ich. Ich hab' wo noch einen? Du bist rechts, oder? Ich bin rechts, ja. Gieß' gerade am Container lang? Ja. Ja. So, ob ich folge dir. Oh, Riptide hat mich immer noch Granaten. Wer ist Riptide? Hab' ich dich getötet? Du hast gesagt, du musst down. Nein, ich bin doch noch da. Du lebst ihn noch, oder was? Oder hä? Ne, du hast Cheenio gekillt. Dann hab' ich Cheenio gekillt, oh man. Ja. Ja, ich dachte, du wärst down, weil du sagtest down. Ja, weil die Granate kam. Ne, ich hab' den Typen da. LOL, alter. Ähm, wenn ihr könnt, äh, tut einfach mal meine AK-Sichern. Das ist ja das Wichtigste. Warte mal, die Sniperweste würde ich gern mitnehmen.